Das ist ein Mittelkurs! Willkommen zu einem neuen Video! Jo Leute, was geht? Jetzt sind wir in Winterberg angekommen heute. Es ist richtig geiles Wetter. Insgesamt wird es wahrscheinlich 7 Videos geben. Wir sehen uns morgen beim ersten Vlog, wo es denn los geht. Ich bin hier nicht nur alleine. Ich bin hier mit Lennart. Und Anton und Mommel kommen auch noch dazu. Anton Rösler müsst ihr euch kennen. Der hat auch einen Youtube-Kanal. Ist hier oben rechts verlinkt. Und Mommel weiß nicht, ob ihr den kennt. Giepinger! Giepinger? Hallo! Giepinger! Hallo Leute, was geht? Heute ist der erste richtige Tag in Winterberg, wo wir das erste Mal richtig fahren. Momo und Anton sind jetzt auch da. Und wir fahren uns jetzt erstmal ein bisschen in einem geilen Fun Park warm hier. Und ja, fahren dann gleich rüber zum Lüften. Müssen wir mal Lüftkarten kaufen. Und fahren dann mal hoch und testen die Strecken. jetzt das erste Mal mal auf. Jetzt das erste Mal mal auf. Alter! Wir haben jetzt die Lüftkarten. Und jetzt fahren wir mal zum Flow Country Track. Und jetzt fahren wir mal auf. Und jetzt fahren wir mal auf. Und jetzt fahren wir mal. Und jetzt fahren wir mal auf. Und jetzt fahren wir mal auf. Und jetzt fahren wir mal auf. Und dann fahren wir zur Nord. Hey! Boah Das war's. So, jetzt fahren wir vor. Da kommt man auch direkt an unserem Haus raus, zum Glück. Hier war früher Whip-Off und ja. So, wir haben jetzt kurz eine kleine Mittagspause gemacht. Ich habe mich leider vorher im Funpark noch mal ordentlich abgepackt, weil eine dicke Windböhe kam. Und damit konnten wir nicht rechnen. Weil es halt, wir waren unten, haben geguckt, ob Wind weht. War ziemlich windstill und dann kam auf einmal doch eine Böhe, so wie es immer ist. Blöd gelaufen. Mir ist aber zum Glück nicht viel passiert. Ein paar Schürfhunden, aber sonst alles gut. Handschuhe sind heil geblieben, bin ich erstaunt. Jetzt kurz eine Runde vom Übungsparken und dann wieder zur Flow Country. Schürf Held zie ichینig. Schürf Held weg. zusammen. Schürf Held. Oh, mein Gott. Oh, Alter. 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 Oh, Alter.